Hey ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal werdet ihr einmal Minecraft finden, dann einmal CC, was für krasse Clash, Lost Conflict steht, das ist ein, ja sagen wir ein Handyspiel, ja. Und dann bald auch noch kommt GTA 5. Und dann noch ein Spiel, was ich jetzt nicht hier erwähne, und zwar City Skylines. So, City Skylines. Im Minecraft werden wir hauptsächlich PvP oder Bad Wars oder Superjams oder auch mal Projekte wie Skyblock oder so machen, da wünsche ich euch dann auch viel Spaß. In Castle Clash werden wir Spieler bekämpfen, werden wir einen komplett neuen Account anfangen, mit dem ich mich dann hochzocke. Wenn Leute von euch das Game kennen, dann, ja, wisst ihr noch, wisst ihr bestimmt noch, also fast alles. Ich werde euch über Updates informieren, wir werden Arena Kämpfe machen, die Wellen austesten, Helden austesten, also alles mögliche. Zu GTA, dazu kann ich leider noch nicht viel sagen, da ich mir das erst etwas später holen werde, aber davon werden auch noch Let's Plates kommen. The City Skylines, da werde ich euch auch noch was sagen. Und bei diesem Spiel geht es hauptsächlich um. Also, man fängt halt eine kleine Stadt an, die sich dann immer weiterentwickelt und irgendwann wird diese Stadt dann halt sehr groß sein. Ja, da werde ich euch ein bisschen, ja, da könnt ihr mich ein bisschen begleiten. Ich wünsche euch sonst sehr viel Spaß auf meinem Kanal und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.